Willkommen bei den alten Herren, da sind wir auch schon wieder. Hallo! Sekunde. Nur ein Zombie? Ey, jetzt bin ich nur noch am Lauf, am Gehen. Wow! Fuck! Spieler, Spieler, Spieler! Hat er dich getroffen? Er hat mich getroffen, ja, aber... Wo bist du? Da unten. Ich bin, ich muss mal kurz hoch. Wo? Ich hab Schwarz-Weiß. Aber offensichtlich blute ich nicht. Nee. Ich muss mal kurz was trinken, ich heile nicht mehr. Hast du die Treppe hinten im Blick? Ja. Ich glaube, es ist der, der uns verfolgt, der vorhin auch... Nein, der hat den Helm auf und alles, das weiß ich nicht was. Nein, nicht der, es ist ein anderer, der, der eben die Schüsse... Ja, das kann sein. Wo genau? Ist er irgendwo hingelaufen? Hast du das gesehen? Nein, nein, der ist... Der war direkt am Eingang nur. Der war da gar nicht drin. Oh Gott, jetzt muss ich meinen ganzen Biervorrat trinken, dass ich heile, oder was? Ja, und gleich bis der Alkohol... Er redet, er redet, aber ich verstehe leider nichts. Über nichts. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt trinke ich gerade mein fünftes Bier und ne Pepsi hatte ich auch schon vorher. Da war's mit Friendly. Ja, das kann er vergessen. Das Friendly-Zug ist abgefahren. Ah, da ist, da ist auch eine Tür da vorne. Der ist gerade wieder weggeblitscht. Hast du das? Ja, ich hab mal eine Tür gesehen. Ich brauch was zu essen, ey. Hast du irgendwas dabei? Ja, aber komm gleich rein, warte mal. Wir sind zwei. Ja, wir sind auch zu zweit, das ist okay. Das Blöde ist, hier gibt's mehrere Eingänge. Wir können jetzt gar nicht die Treppe runter, sonst kann man von jeder Seite angeschossen werden. Ja. Okay, wenn du mal ganz kurz eine Sekunde hast, kannst du mal was auf den Boden werfen. Nur ganz kurz Tab drücken, auf den Boden ziehen. Ich nehm's mir dann. Oh, ich will wieder heilen. Ahm. Getan. Ah, danke. Du hast schon einen Dosen öffnen? Ich hab einen, ja. Man sieht da ein Bajonett übrigens durch den Boden durch. Also, die wissen, dass du da oben bist. Na komm, es. Mal drohen, du musst wieder am Eingang entlang. Ganze Dose gegessen, ey. Und immer noch. Oh, ich hab's Bajonett abgenommen. Er sagt, we don't shoot. Ja. Pustekuchen, mein Freund. Run away or come out. Ich hoffe nicht, dass einer von hinten kommt. Ey, das kann echt sein. Ja, eine Zwickmühle. Hast du geschossen? Hast du das? Ne, das war ne Pistole. Ich schieze jetzt auch mal. Achtung. Einfach so. Wirst du ein bisschen Angst kriegen. Einfach so. Einfach so. Ach. Da kommt mal ein bisschen Angst haben. Die Handgranate wäre jetzt was fallen. Es regnet uns auch noch, verdammt. Ich muss doch kurz noch ein Magazin nachladen. Hast du die Tür im Überblick? Ich hab die ganze Tür im Überblick, ja. Gut, dann guck ich nämlich mal eben zur anderen Seite raus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, der läuft da hinten lang, er ist auch allein. Ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen. Das wird schon mal von links nach rechts. Sieht man mal ein Waffenloch durch die Decke? Weiß ich nicht, aber ich hab jetzt die Tür im Blick. Na, jetzt nochmal, komm, schieß ihn ab. Hast du geschossen? Ja. Hast du ihn getroffen? Nein, also weiß ich nicht, aber auf jeden Fall lebt er noch. Okay, sie schleichen am Haus entlang. Wo lang? Okay, einer ist tot. Waren es wirklich zwei? Weiß ich nicht, du hast gesagt, es waren zwei. Warte, ich komm mal runter. Okay, es waren zwei. Wo ist er, wo ist er? Hinten? Rechts, 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 rechts. Rechts, rechts ist er raus. Blau Rucksack, das warst du aber, oder? Nein, ich bin nach oben. Oh fuck. Scheiße, wo ist der hin? Der ist nach rechts, rein. Okay, ich bin jetzt wieder in der Etage direkt unter dir. Ja, ich hab's gesehen, wo du reingegangen bist. Du bist aus der Tür da eben gerade rauskommen, dann bist du da hinten links reingegangen und er ist in der entgegensetzte Richtung auf der anderen Seite rechts rausgegangen. Guck, vielleicht will er ja so zur Leiche von seinem Kollegen. Ahmet » Und wenn er Da ist noch raus gegangen, genau da. Ja. Ich weiß Drehmaschinen hier. Ok, ich geh jetzt auch raus, aber auf der anderen Seite. Halt dir nochmal die Stellung hier oben? Ja bitte. Du sagst bitte an, wenn du zur Treppe kommst. Ok, ich bin jetzt hier vorne, wo der erste Tote liegt, an der Haupteingangstüre. Guck jetzt um die Ecke. Ich seh ihn nicht. Vielleicht steht er hinter der Mauer. Verdammt, es ruckelt aber auch gerade. Der ist weg. Ich finde den nicht mehr. Ok. Ich glaube ich habe Schmerzen. Mein Faden kurz wackelt total schnell. Ich habe Penky da dabei. Alles ist gut. Ah, der ist wahrscheinlich abgehauen. Ach, warum ruckelt das denn gerade so? Ich habe eine Framerate von 14. Ich habe eine Framerate von 14. Munition für dein Gewehr, glaube ich, hat auch ein paar Schuss. Boah, schrecklich, schrecklich. Wenn ich jetzt runtergehe und der ist da und es ruckelt so, dann war es das. Ne, ich bin hier bei seiner Leiche. Hier ist niemand. Wo bist du rausgegangen? Ich bin vorne bei der Eingangstüre. Ich gehe da hin und her. Der ist abgehauen. Wollen wir zur Tür raus, wo wir reingegangen sind? Ja. Alter, der ist ruckelt. Ich weiß auch nicht warum, das ist furchtbar. Jeder hat Magnumunition dabei für dich. Ich habe mehr als genug. So viele Zombies kann ich gar nicht töten. Der hat keine Munition für mich dabei. Da sechs Schuss. Sind das nicht sechs Schuss für deine? Das ist Mosin. Ach so. Boah, so geht das gar nicht. Okay, ich lad mal eben mein Magazin nach. Ja. Mein gutes. Oh, ich heile auf einmal. Das ist gut. Ja. Okay. Puh, jetzt haben wir endlich mal ein bisschen Action. Also letztendlich, wir hatten vor ein paar Episoden ja schon mal Action. Und dann ging mal mehr Action rein. Das hier war ein richtiger Thriller. Okay, wir wollten zum Hafen, ne? Ja. Es tut mir echt leid, liebe Zuschauer, wie diese Ruckel-Orgie, aber dafür können wir nichts. Ne, ich habe auch keine Ahnung, was so krass ruckelt hier. Wird Zeit, dass ich mal Level of Detail einbauen. Also wenn jetzt der Typ ums Eck kommt und der hat eine stabile Framerate, der knallt uns über den Haufen und... Ich glaube, niemand hat hier eine stabile Framerate, wenn es bei uns ruckelt. Wir haben keine schlechten Rechner. Ja, das stimmt. Aber man will ja halt... Du musst ja nur eine Erklärung zu finden. Für die Zuschauer. Also ich habe keine, wir sind am Hafen. Acht. Acht. FPS. So kann ich nicht. Was kann ich, wie viel ich habe? Geht nicht. Vielleicht liegt es am schlechten Wetter. Regen wir doch nicht mal. Wollen wir hier kurz das Industriegebiet durchsuchen? Ich würde gerne die Aufnahmen unterbrechen, weil das so keinen Zweck hat. Das ist für die Zuschauer nicht angenehm. Ja, aber wo? Dann müssen wir uns einen sicheren Ort suchen, ne? So eine Ruckelorgie anzuschauen. Dann lass uns mal irgendeinen Schuppen oder so suchen. Tja, wo finden wir im Hafen was? Hier, da ist auch ein Schuppen. Wo? Ah. Sechs. FPS. Acht. Ja, das ist doch nicht sicher. Da gibt es keine Türen. Ja gut, dann... Na doch, da gibt es Türen, aber... Geh nicht zu wahrscheinlich. Weiß nicht. Ich geh jetzt in diesen Hangar da rein und lock mich da raus. Oh ne, das wird zu gefährlich. Ruckelorgie. Denk dran, hier läuft ein Verrückter rum. Ja. Es sind drei. Ich und er. Ja, das ist doch... Warte mal, ich geh mal hier oben auf diese Rohre. Das Problem ist, ihr lieben Zuschauer, wenn man jetzt auslockt, dann bleibt der Charakter 30 Sekunden vor Ort. Bei mir hängt es jetzt. Ich hätte gerade einen FPS. Wow, okay. Ja, das war bei mir 0,001 FPS. Und deswegen braucht man jetzt schon einen sicheren Platz. Ich lock jetzt hier aus. Dann wird was passiert, was was passiert, nichts. Ich weiß, sonst ist es mir jetzt wurscht. Mir ist es nicht wurscht, ey. Oh, ich geh ins... Wow. Ich bin gerade ins Menü gegangen. Und die Framerate ging nach oben. Oh, ich bin wieder bei... Oh, sie geht wieder runter. Ich hätte es nicht sagen sollen. 15, 16, 20, obwohl es geht jetzt gerade wieder. 13, 14, naja. Wo bist du? Ich kletter gerade auf das höchste Silo und logge da oben aus. Bist du da unten in einem Gebüsch? Ja, mit einem FPS ja bin ich. Bei mir hängt es gerade voll, ja. Wenn du nach links guckst, siehst du ein hohes Silo, da klettere ich gerade hoch. Gut. Ich könnte mich jetzt hier hinlegen. Okay, hier oben ist alles andere als sicher, glaube ich. Ihr lieben Zuschauer, es tut mir leid. Oh, das ist ein Tierteller. Macht's gut. Hm. Mit dieser Ruckloorgie raus. Gut, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis denn. Bis dann. Bis dann.